Fly Alarm Admira gegen Austria Wien geht auch jetzt in der Halbzeitpause weiter und zwar unter dem Motto Daheimspiel, durchgeführt von Spieler Pass daheim im Verein, sehen wir heute ein Special Needs Elfmeterschießen zwischen den FK Austria Wien Special Violence und unserem FC Fly Alarm Admira. Ja und das ist das 1 zu 0 für die Admira und der Ausgleich für die Austria und auch der ist drin, das ist die erneute Führung für die Admira. Also wo sind denn die Admira Fans? Und natürlich darf da auch die Welle nicht fehlen, der Weg in die Fankurve. Wo sind denn die Fans der Wiener Austria? Eine ganz tolle Geschichte, bitte einen kräftigen Applaus für die beiden Mannschaften. Untertitelung des ZDF für funk, 2017